Herzlich Willkommen zu einem neuen Video an Silvester. Heute trade ich wieder mit Finmax und meinem großen Konto. Mein Starttrade beträgt hier 2000 Euro. Euro Out sieht ganz gut aus. Hier steige ich ein und gleich nochmal. Ich mache zwischen zwei und fünf Trades. Aktuell sind beide Trades im Gewinn. Zu Silvester ist ja nicht mehr so viel los. Sollte man dann eigentlich gar nicht traden. Zumindest Anfänger nicht. Den ersten Trade habe ich gewonnen. Der zweite Trade sieht auch gut aus bis jetzt. Trades hat es ja nicht dreht. auf vier vier zwei vier Noch 10 Sekunden. Perfekt. Beide Trades gewonnen. Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein erfolgreiches Jahr 2021. Im Januar geht es dann weiter. Adios.